Ja, und Hallöchen, äh, ihr seht gar nix, oder? Ne, ich seh auch nix, Moment, nicht, so, so, dann machen wir das halt nochmal. Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zombie mit eurem lieben Holy. So, letztens, wir konnten nicht fliehen, Leute, und ich hab mich schon sowas von gefreut, dass wir das Spiel letztendlich durchgespielt haben. Nein, natürlich nicht, diese Kackraben haben den Hubschraubern gegriffen. Für alle, die den Part vorher verpasst haben, unbedingt anschauen, das war sowas von Actionreich. Okay, war sogar ein verlängerter Part. Mal gucken, wie lange dieser Part gehen wird. Ich weiß es nicht, mal schauen. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt weiter, denn der Prepper, der uns angeblich wieder helfen will, so wie es aussieht, hat uns jetzt das vorgeschlagen. Wir sollen zu einem Typen gehen, der Sprit hat, nämlich zum Bricklay-Markt. Dann gehen wir jetzt auch. Ja, natürlich, und los geht's. Wir wagen uns wieder ins Freie, meine lieben Freunde, und ich weiß nicht, was uns jetzt noch erwartet. Boah, das Spiel, ey, das mach ich fertig. Ich dachte, ich hab's durch. Ich dachte, ich bin schon durch, aber das wär doch... Eigentlich so gesehen, wär das dann schon ziemlich schnell durchgespielt gewesen, oder? Also passt das schon. Lasst mich leiden. Lasst mich leiden. In diesem verdammten Spiel hier. Oh mein, bobsch. Okay. Okay, das Einzige, was mich noch immer nervt, ist, die haben noch immer keinen Patch rausgebracht von Ubisoft. Das ist sowas von... Oh mein Gott. Alles klar. Ich glaube, ich weiß schon, woran wir jetzt müssen, Leute. Wir müssen dorthin, wo wir ganz am Anfang waren, wo die ganzen Zombies gestanden sind und wir nicht dahin wollten. Sprich, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Oh mein Gott, das hat jetzt gestockt. Ja, ich hab's doch gewusst, ich hätte noch etwas... Was? Fehlercode, weh, blablabla, blablabla. Ja, mir doch egal. Ich will hier zocken, keine Fehler haben. Boah, das ist typisch, typisch Ubisoft, ey. Patchen gar nichts, voller Fehler, das ganze Spiel und was weiß ich, was alles. Aber egal. Das Spiel macht mir trotzdem Spaß. Gut, wir machen hier gleich zu. Wir scannen gleich mal. Was haben wir denn hier? Infizierter, der lebt, der bewegt sich. Noch ein Infizierter. Der hatte Vollkraftaufwertung. Ey, wie geil. Was haben wir denn da? Mülleimer, da ist nix. Und Mülleimer, da ist auch nix. Okay, okay. Alles klar. Gut. Also die Lampe bringt sich mal gar nix, ey. Okay, jetzt ist die Frage. Soll ich hier durch? Oh, kommt der? Kommt er nicht? Kommt er nicht? Kommst du? Ich sehe zwar, dass er sich da bewegt, aber mal gucken. So. Was, was, was? Was? Okay. Hast du mich gehört? Er kommt. Sie kommen beide, oder? Kommen die beiden? Der ist hier gleich um die... Ja, er kommt. Okay. Oh mein Gott, Leute. Dieser Typ da, der die Feuerkraftaufwertung hatte, bewegt sich ziemlich schnell. Der da hinten. Aber egal. Ich kille erst den hier. Ich hoffe, der hört uns doch mal nicht der Zweite. Oh mein Gott. Ja, du Fettsack. Halt die Schnauze jetzt. Und komm schon. Ich hab keine Zeit für dich. So. Bobs. Tschüss. Okay. Höhen an. Hat natürlich nichts dabei. Aber der hat jetzt was dabei. So. Schnell mal scannen, ob hier nicht irgendwo noch ein Zombie versteckt ist. Sicherheitshalber. Aber es sieht gut aus. Hoffe ich mal zumindest. Wenn nicht, dann. Oh nein. Okay. Licht aus. Licht aus. Wow. 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 Das war so klar. Ähm. Wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen die Armbrust. Wir warten, bis der dort ist. Und dann machen wir einen schönen Headshot. Okay, Leute. Ich probier's. Komm. Mal komm an die Ecke, verdammt. Komm schon. Der Holi wartet. Komm, beweg dich rüber. Ich will dir nix tun. Ich hab dich lieb. Oh, komm schon. Er mag nicht. Er mag nicht. Okay, wir müssen ran schleichen. Ganz langsam. Wie mach ich das jetzt? Wie mach ich das jetzt? Okay, ich hab ne bessere Idee, Leute. Ich hab ne... Ich will die bessere Idee. Wir machen jetzt folgendes. Ich will das nicht riskieren, Leute. Wenn wir hier sterben, das ist nicht schön. Ähm. Ich mach hier das Licht aus. Ich geh hier rüber. Hier durch. Und werde dann von der Ferne von hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Okay. Vierer Zoom rein. Oh mein Gott. Nee, der bewegt sich schon wieder, Heck. Willst du mich verarschen, oder was? So. Der ist zu weit weg. Der ist viel zu weit weg. Und treffen wir. Mal gucken. Auf Wutglück. Ah, verdammt. Komm schon, komm schon. Und? Ja. Ja. Jawohl, Leute. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Und da vorne war übrigens noch ein Zombie, wie ich gemerkt habe. Was ist denn das? Koffer. Da ist aber nichts drin. Alles klar. Gut. Da ist noch ein Zombie gewesen. Ich hoffe. Moment. Da sind noch... Oh mein Gott, Leute. Da vorne ist noch einer am Radar. Das gibt's doch nicht, ey. Okay. Den hab ich nochmal auch. Komm, 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 komm. Und? Ach, kommt nie. Okay. Ja. Oh mein Gott. Da war noch einer, oder? Nee, okay. Gut. Gut, 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 gut. Den haben wir auch. Wir haben noch ein bisschen... Oh nee. Oh, Leute, wir haben Radar. What? Ist jetzt... Moment. Ich schau jetzt nach rechts hier. Raben. Waren das nur die Raben? Ja, okay. Das waren nur die Raben. Und hier links sollte ja noch ein Zombie sein. Ja, das hört sich nach Zombieren. Das hört sich sogar sehr stark nach Zombieren. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ja, da ist er. Okay. Armbrust. Ich seh nix. Was? Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er kommt. Und? Ich hab... Nein! Ich hab nicht nachgeladen. Ich bin so doof. Ich hab nicht nachgeladen. Das ist typisch Holy. Das ist sehr gut, Holy. Laden wir halt nicht nach. Das ist normal bei den Zombieren. Nö. Ganz unvorsichtig. Aber gut, das hab ich noch gerissen. Oh mein Gott. Ich kann nicht so böser und nicht lachen an, ey. Verdammt nochmal. Komm schon. Okay, wir machen das nicht mehr an. Komm schon. Du bist doch kein Polizeiturm, wie du kürzst. Normalerweise hättest du nicht zu viel aus, ey. Komm schon. Und? Bop-arap-arap-arap-arap-arap. Na tschüss. So. Fremdland hat nix dabei. Wir holen uns die Pfeile zurück. Ich hole mir die Pfeile zurück. Einmal von dir, Freundchen. Ah. Nice. Du hast die Feuerkraftaufwertung. Und meine Armbrust-Munie nehme ich mir auch wieder. Und von dir auch, mein lieber Zombie. Auch Pistolen-Munition hatte dabei. Sehr schön. Und die Armbrust nehmen wir zurück. So. Ich wechsle zur Armbrust. Ich lade dich schnell nach, bevor das nochmal so fail-fail schlägt. Um es mal so auszudrücken. Oh mein Gott. Ich bin so tollpatschig in Horror-Spielen. Übrigens, morgen Livestream. Morgen Livestream mit eurem Lieben Holy und Amnesia. Ab 22 Uhr Amnesia. Wieso denke ich jetzt schon an Amnesia? Wieso denke ich jetzt schon an Amnesia? Ich bekomme wieder sowas von Angst, ey. Aber normalerweise... Ein bisschen bin ich ja schon abgehärtet. Also mach doch da keine Sorgen. Sollte morgen normalerweise besser laufen. Gut. Wir schauen jetzt... What? What? Das sind aber nur Raben, oder? Tier, okay. Tier. Koffer. Koffer. Was ist da oben? Ein Tier. Okay. Alles nur Raben. Das ist schon mal gut. Duptidupdidup. Bult, bult, bult. Oh, 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 oh. Hier kommt der Holy-Jod weg, auf ein. Äh... Zombies? Zombies? So ein Tier? Okay. Äh, das scheint es gewesen zu sein. Ja. Gut. Wir schauen weiter. Duptidum. Obdi-Bombi. Duptidum. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oder? Hier ist nichts, oder? Nein, hier ist nichts. Ähm... Mir fehlt gerade was ein, Leute. Mir fehlt gerade was ein. Und zwar... Wir haben ja... Wir brauchen ja das C4. Hier, da vorne. Wenn ich mich noch recht erinnern kann. Muss man... Kann man hier C4 verwenden, oder? 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 Ja. Brauche ich C4. Alles klar. Äh, ich... Normalerweise haben wir noch etwas C4 dabei. C4 benutzt. Ja. Wir haben noch C4. Nee, nice. Das dürfte dann so ein Secret sein. Ah. Nice. Nice. Ich hoffe... Ich hoffe wirklich, dass hier etwas versteckt ist. Was? 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 Infizierter. Oh mein Gott. Der Infizierter hat dies Briefe. Der hat die Briefe und die. Nice. Oh mein Gott. Die Lampen... Die bringt sich ja gar nichts. Okay. Bleib schön liegen. Bleib schön liegen. Bleib schön liegen. Bleib schön liegen. Bleib liegen. Du bleibst jetzt liegen. Hat der Holy gesagt. So. Äh. Kapazitätsaufwertung. Monot auf dem Cocktail. Und dies Briefe. Ja. Ja. Wir haben es, Leute. Die nächsten Briefe von D. Sind schon mal unseres. Das ist schon mal gut. Ah, gut, dass ich jetzt... Oh mein Gott. Gut, dass ich jetzt noch drauf gekommen bin, dass man hier noch durch kann. Weil sonst wäre das die ganze Sucherei gewesen dann beim Ende. Wobei, kommt drauf an, ob ich diese Mission wirklich abschließen muss. Das ist die andere Frage. Okay. Wir gehen hier weiter, Leute. Chilsote ist rein... Was? Was? Rechts. Zombie. Okay. Moment. Scannen. Da? Mülleimer. Da ist nichts drin. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Nein. 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 Das ist der Zombie, der die anderen Zombies herbeiruft. Äh, jetzt ist die Frage, kommen die andere Zombies oder nicht? Ich sehe noch keine Amrada. Verdammt, wo kann der denn her? Okay. Okay. Wasser sind... Okay, okay, okay. Ich flers. Go, 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 go. Verdammt. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Und viel Spaß. Bobo, 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 Bobo. BAM! Ja! Oh mein Gott, Leute, wir sind so was von gut drauf, ey. Okay. Das... Das... Das war's, oder? Das war's. Das war's. Yes! Yes, 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 yes. Habt ihr irgendwas dabei gehabt? Nein. Nein. Energy Drink. Brauchen wir nicht. Doch. Jetzt schon. Leer. Okay. Der Einzige, der was dabei hatte, war dieser Zombie hier. Der ein Energy Drink. Oh mein Gott, total verkohlt. Gut. Das nehmen wir gleich mal. Benutzen. Ja. Okay. Besser als nichts. Wow. Wow. Wir haben's geschafft. Schnells Rucksack auspacken, denn ich muss mich wieder neu ausrüsten. Und so. Flares wieder nach rechts. Und da wir... Jetzt haben wir keine Granaten mehr. Das essen wir auch schnell mal. Um, 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 um. Und Molotov guckt ihr hier nach links. So. Passt. Wir sind wieder gerüstet. Es können wieder mehrere Zombies kommen. Der Holm ist wieder ausgerüstet. Muhaha. So. Schnell mal hier abscannen. Ob hier irgendwas liegt. Nein, 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 nein. Alles klar. Alles clean, alles clean, alles clean. Wow. Okay, wir schauen hier weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Gang hier? Oh Gott, Lampe wird wieder gleich leer. Ich muss schnell aufladen, Leute. Sorry, sorry, sorry. Aber ich muss nur kurz warten. Du, 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 gleich voll. Gut, dass sich die Lampe so schnell auflädt. So eine Taschenlampe hätte ich übrigens auch gerne. Die sich permanent automatisch auflädt. So ein, so ein permanenter Akku. Hallo? Ich bin der Holy. Äh, 09xx. Okay. Steht da. Was, was haben wir denn hier? Nix. Auch nix. Toll. Wieso kann man die Mülleimer scannen, wenn da eh nix drin ist? Das ist sinnlos. Oh mein Gott. Es ist zu still hier. Leute, es ist, Leute, es ist zu still hier. Das passt mir überhaupt nicht. Es ist zu still, das passt überhaupt nicht. Nee, das passt nicht. Irgendwas passt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Weg mit dir, ich will dein Gesicht nicht sehen. Oh man. Der hat auch nix dabei. Tür, geht öffnet. Gut. Gut. Auch gut. Wir gehen drauf. Nix, 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 nix. Gut, hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Gut. Clean. Alles clean. Was? Die zeigen in die Hüte rein. Alles klar. Und da steht auch irgendwas. Hä? Was steht hier? Auch ein Pfeil. What? Da soll man sich... Da soll man sich auskennen. Ah, ein Code. Moment. Tür mit Code. Ich kann das... Berührende Code. Gut. Äh, 09 ist das erste. Und der zweite Code, kann das sein, dass der hier drin ist? Ja. Hier ist der zweite Code. 0957. Wenn es mich nicht täuscht. 0957. Okay. Okay. Weh, jetzt kommt irgendwas. 0957. Ja. Funktioniert. Und keine Zombies? Keine Zombies. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Dankeschön Gott. Danke, danke. Bopsch, bopsch, bopsch. Oh, weil sonst noch mal, das kommen ja immer Zombies. Was? Okay. Okay. Äh, das war eine freundliche Musik. Es war keine Horrormusik, eine freundliche Musik. Gut, keine... Nein. Nix. Oh mein Gott. Ist hier irgendwas im Schrank? Nein, auch nix. Okay. Okay, das ist hier wieder so eine Stelle, wo nix normalerweise nix sein müsste, dürfte. Wenn etwas ist, dann laufe ich genau in den Tod rein. Verlassen. Gut. Wow. Wir sind im nächsten Abschnitt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss sagen, es geht total, total geil voran, oder? Wir sind noch nie gestorben. Nie. Ja, okay. Ich habe ja neu angefangen, weil ich ja die Aufnahmen verhauen habe. Aber bis jetzt ist es doch total super. Also ich bin richtig begeistert, Leute. Richtig nice. Dupi dupu dupu. Danke den Generator auf. Erreiche den Zugang zu Spitalfilz Green. Alles klar. Oh mein Gott. Also wenn ich mir die Auf... Wow. Was ist denn hier los? Wie gesagt, wenn ich mir die Aufnahmen anschaue, von mir die Videos, da ist es nicht so finster, wie wenn ich hier so spiele. Dabei ist es in meinem Zimmer jetzt relativ dunkel. Atmosphärisch halt. Und trotzdem. Ich sehe hier... Moment. Moment. Die Tür ist natürlich offen, das war klar. Liegt sonst hier irgendein Crab? Nein, natürlich nicht. Alles klar. Schließend. Schön immer die Tür zu machen hinter uns. Aber am hier ist normal nichts. Zü ist nix. Dupi dupu. Leitern. Ich liebe Leitern. Sowas von sehr. Gut. Lampe haben wir noch genug drinnen. Ich wurde Spritz. Wir haben noch genug Spritz in der Lampe. Okay. Okay. Das gefällt mir jetzt schon mal gar nicht. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. What the fuck. Okay. Alles klar. Alles klar. Zombie. Ein Objekt. Energy Drink. Ein Objekt. Granate. Oh yeah. Yeah. Das brauche ich. Oh mein Gott. Wenn hier jetzt irgendwas aufsteht. Wehe. Granate nehmen wir. Natürlich. Jetzt ist die Frage. Zahlt sich das aus. Oh mein Gott. Ich trau mich da nicht rein. Egal. Ich mag's. Ich mag's. Nehmen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay. 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 Nichts weg. Los. Oh mein Gott. Lampe ausschalten. So. Sonst machen wir uns Zombies aufmerksam. Wow. Wow. Hier sollte gleich ein Park liegen. Die Tanke ist direkt dahinter. Alles klar. Äh. Hier in der Nähe muss wieder so ein Stör sein. Das sein denn mein Gamepad ist total gestört. Ich kann nichts kennen. Ich kann gar nichts machen jetzt gerade. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Bam. Ja. Komm schon. Was war denn das? Wow. Okay. Da kommt jemand. Hier hinter uns ist nichts. Gut. Nein. Die haben mich nicht im Ernst. Ne. Die gehen aufs Geräusch. Ah. Okay. Nein. Gut zu wissen. Da ist wahrscheinlich Minen. Ich will doch nicht den Kopf abblendern. Ich wollte eigentlich gucken ob der irgendwas dabei hat. Nein. Okay. Hier muss irgendwo dieser Störsender sein. Den muss ich irgendwie kaputt kriegen. Die Frage ist nur wo der ist. Der muss ganz in der Nähe sein. Weil normalerweise ist die Reichweite nicht so hoch von diesen Teilen. Siehst du mich? Hast du mich gesehen? Pass auf wo du hattest. Da ist er. Okay. Komm. Das habe ich schon mitbekommen Prepper. Sei vorsichtig. Ja. Ich bin immer vorsichtig. Ich mach dir da keine Sorgen. Oh mein Gott. Die Musik. Ne oder? Du hast mich nicht gesehen oder? Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Okay. Wir verstecken uns hier. Das ist nämlich der Spuker-Zombie. Mit dem wollen wir keinen nicht Kirschen essen. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Okay. Okay gut. Kein Problem. Kein Problem. Es ist nur ein Poliz... Nein. Nein. Verdammt. Komm schon. Okay. Wir schaffen das. Wir müssen das schaffen. Sonst... Wiss ich. Ah. Weg mit dir. Zwei Zombies sollten gehen. Zwei... Zombies. Zwei Zombies gehen? Mit euch verd... Oh mein Gott. Die halten beide so viel aus. Komm schon. Kein Anstoß. Komm. Komm, 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 komm. Bam. Okay. Nicht erwischt. Nicht erwischt. Nein. Der braucht doch nicht immer so lange zum Ausholen. Verdammt. Komm schon. Zack. Gibt's doch nicht, ey. Okay. Das sollte noch der letzte sein hier. Und tschüss. Okay. Okay. So. Radar. Ich hoffe hier ist kein... Keine Minion, weil sonst bin ich tot. Verdammter Radar hier. Zack. Und tschüss. Okay. Stört. 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 Okay. Wir können wieder scannen. Alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Ähm. Schnell mal was essen. Hier. Energy Drink. Genommen. Zack. Sonst haben wir nichts dabei. Alles klar. Gut. Backpacken. Okay. Leute, wir... Wow. Moment. Was war das? Da links ist ja irgendein... Irgendein Zombie. Gut. Wir scannen hier durch. Objekt. Mine. Noch eine Mine. Virtuit positiv. Mine. Leer. Was ist da oben? Ein Tier. Okay. Alles klar. Und da ist sie infizierter mit einer Leuchtrakete. Alles klar. Und die Tür ist geöffnet. Okay. Da kommt ein Zombie durch. Okay. Ich hab kein Problem damit. Äh. Moment. Aber ich hab hier noch nichts alles fertig gescannt. Die Minen sind hier. Da ist auch... Mine. Tier. Noch ein Tier. Was ist das? Tür mit Keycard. Magnetkarte erforderlich. Okay. Okay. Da reicht unser Gamepad wahrscheinlich noch nicht. Okay. Neue Mine. Okay. Ich hab alle Minen abgescannt. Jetzt seh ich alles. Gut. Und wir haben jetzt den Zombie da. Komm. Komm raus. Ja komm. Komm. Bopsi. Ich bin dein Erlöser. Ich bin... Bopsch. Wow. 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 Schön Headshots machen. Wow. Okay. Ok. Alles klar. Wow. Und ich sag auch noch. Komm. Dann wäre das eine große Explosion gewesen, wenn ich da hier mit dem Cricket Ball drauf geschlagen hätte. Oh mein Gott. Gut. Gerdes dabei. Flares nehmen wir natürlich sehr gerne an uns. Alles klar. Hatten wir noch irgendwas Schönes hier drin? Nein. Natürlich nicht. Das ist nur so ein kleines Mini Gebäude. Das uns nicht gerade hilfreich ist. So. Nein. Knacken. Wir haben wieder unser... Was? Was war das für ein Geräusch? Ich höre einen Zombie. Ich höre einen verdammten Zombie. Irgendwo. Was? Was? Okay. So, jetzt sind wir sicher. Okay. Aber ich habe einen Zombie. Wo ist der Zombie? Okay, hier muss wieder irgendein Störsender sein. Definitiv. Unten durch. Hier muss irgendwo in der Nähe. Ich muss das Teil zerstören, Leute. Wo ist das Teil, ey? Oh mein Gott. Da ist es also. Okay. Okay, wir machen volles. So geht es natürlich auch. Wir haben zwar ein bisschen Lärm gemacht, aber das war es mir wert. Keycard erforderlich. Alles klar. Alles klar. So, Lampe geht mal da schnell ausschalten. Ähm. Gut. Scannen. Jetzt können wir wieder scannen. Was? Was ist denn da oben? Was heißt ein Pfeil? Moment. Was zeigt das Teil denn? Moment. Moment, das muss ich mir anschauen, Leute. Ist in der Hunde irgendwas? Nee. Okay. Schauen wir uns das mal an. Was ist das jetzt? Wir sind hier. Okay. Raben von die... Okay. Das ist so eine Art Karte. Aber ich habe hier noch nicht geguckt. Hier habe ich noch nicht gescannt. Ich konnte hier drin nichts kennen. Jetzt können wir. Aber hier liegt nichts. Gut. Gut. Okay, Leute. Wir gehen weiter. Babarab, babarab. Da geradeaus können wir nicht gehen. Ah. Karte. Ja. Ja, Leute. Wir haben wieder Übersicht über die Karte auf dem Gamepad. Was nur ich sehe. Okay. Minen. Gut. Äh. Da ich ja schon alles abgesinnt habe hier von den Minen her, macht das alles nicht so Probleme. Zombies sind auch down. Tür mit vorne geschlossen. Okay. Das müssen wir dann irgendwie knacken. Gut. Hier liegt nichts rum. Das heißt, wir müssen nur den Minen umgehen. Also die Minen umgehen. So. Einfach durchlaufen. Hey, so zumal. Zombie. Moment. Da ist die Mine. Okay. Ich kann hier ausweichen. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist das eklig an, ey. Okay. Schnell knacken. Und hier. Stopp. Geknackt. Äh. Wow. Wow. Was für ein riesiger Rabe. Oh mein Gott. Die sind ja riesig, ey. Aber ich habe ja hier den Zombie gehört. Zombie. Zombie. Oh mein Gott. Zombie. Ah. Hast du mich schon gehört? Alles klar. Gut. Popo do. Oh tschüss. Okay, Leute. Ich habe es schon drauf. Ich habe es schon drauf mit der Armbrust. Das geht. Das geht alles. Aber ich liebe die Armbrust. Die ist geil. Wow. Äh. Wow. Okay. Polizei-Zombie. Na komm. Äh. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee. Äh. Minen. 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 Komm. Minen. Komm. Minen. Minen. Do 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 do. Kommst du? Wieso kommt der nicht? Der kommt gar nicht. Hä? Ich will den doch nur in die Mine reinlocken. Das geht als gibt es doch nicht. Wie zu ich hier? Wow. 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 Okay. Wow. Jetzt kommt er. Aber er geht nicht. Oh mein Gott. Bam. Ist er down? Er ist down. Oh mein Gott. Trick 17. Der ist jetzt aber irgendwie weg, oder? Ja. Der hat sich pulverisiert, sage ich mal so. Okay. Nice. 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 Okay. Jetzt ist aber die Frage, Leute. Wo lang gehen wir? Koffer? Leer. Okay. 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 Wir schauen jetzt diesen Weg lang. Was? Okay, da vorne ist in die Kack-Zombie schon wieder, hey. Äh, schadet mir das Teil. Stromgewehr-Monie? Leer? Was? Ist das für ein verdammtes Geräusch? What the fuck? Das hört sich nach einer... Oh mein Gott. Das hört sich nach einer... Oh mein Gott. Nein. Nein. What? What? Oh mein Gott. Okay. Nein. 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 Nicht ihr zwei. Ich hoffe, hinter mir kommt nichts. Ich hoffe, hinter mir nichts kommt, weil sonst... Wie sieht das überhaupt nicht gut aus für uns? Okay. Tag. Schon. Ja, schlag doch schneller zu, ey. Braucht doch nicht alle Ewigkeit hier. Okay. Wir wechseln. Wir wechseln zu bis durch. Er kann nicht wechseln. Er wechselt nicht. Genau. Stoß. Mach jetzt doch. Weg mit dir. Okay. Einer weniger. Einer weniger. Gut. 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 Nice. 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 Und da gehen sie da. Alles klar. Das war's, oder? Das war's. Was hast du dabei gehabt? Oh, die Sturmgewehr, Muni. Boah, ich... Ich jage mir einen Schreck ein permanent, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Du bleib da liegen. Ja. Du bleib da liegen. Du bleib da liegen. Du stehst nicht auf. Nein. Nein. Nicht an den Schlagern. Ja. Ups. Okay. Okay. Ich hab noch im Radar die Zombies. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wow. Da geht's wieder ins Freie. Okay. Können wir das knacken? Verschlossen. Können wir nicht. Hacken? Ne, Magnetkarte vor dir. Äh. Können wir gar nichts machen. Boah, Leute. Okay. Oh mein Gott. Wenn ihr das in der Radar gerade sehen würdet. Oh, Mann. Okay. Viel Spaß. Kommt. Flares. Flares Action. Und Molotow. Oh, wow. 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 Okay. Viel Spaß, ihr Lieben. Und Spielschreiber abbrennen. Bam. Brennt nieder, ey. Brennt alle nieder. Ja, ha. Oh mein Gott. Der Polizei-Zombie. Okay. Cricket-Bad. Down. Down. Alle down. Spucker. Der Spucker ist nicht down. Das ist nicht gut. Wenn der Spucker nicht down geht, dann bin ich über... Jetzt. Okay. Gut. Wow. Okay. Okay. Grill-Party mit Holy und Zombies. Ist das... Nein. Davon ist ein Zombie. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Das ist gut. Und den hat ja schon reingeklitscht in die Wand. Gott sei Dank hat er so umgeschoffen und nicht gepatcht. Und jetzt. Okay. Polizei-Zombies halten auch nicht mehr so viel aus, wie sie mal ausgehalten haben. Wow. Hallo. Tschüss dich. Einziger Zombie. Infizierter Koffer hat gar nichts. Da oben ist ein Tier. Interessiert uns aber nichts. Okay. Ich weiß. Wieso bist du nicht abgebrannt? Aber egal. Du müsstest jetzt... Die Einziger nur noch Stein hier. Du-du-du-du-du-du. Rest wurde gegrillt. Wow. Down. Okay. Okay. Wow. Das war gerade Action, Leute. Grill-Party. Okay. Mal schauen. Ist hier irgendwas infizierter? Ja. Der hat was. Wow. Großer. Wow. Okay. Ich denke, das krallen wie uns, Leute. Nee. Der da. Gut. Große Erste-Helfkasten und Flares. Die packen wir auch gleich mal hier rauf. So. Da wir gerade dabei sind, wir nehmen die Granaten. Zack. Nice. Pistole und die Zaun zusammen kombinieren. Haben wir wieder mehr Platz im Inventar. Sehr schön. Zum Essen haben wir, glaube ich, nichts mehr. Alles klar. Das ist schon mal gut. Wow. So. Davon ist das Missionsziel. Aber. Aber. Bevor wir hier weitergehen. Wir haben hier noch die Leiter hochklettern können. War es das eigentlich schon hier? Was sollte hier jetzt clean sein? Oh. Hallöchen. Kommst du hier durch? Schau mal, Uli. Ja, komm. Komm. Komm, komm, komm. Brav. Was hast du denn? Feuerwehr? Eine Feuerwehrfrau. Aber es brennt kein Feuer. Außer auf der anderen Seite da drüben. Ach, komm schon. Da habe ich ewig Zeit hier. Ich muss zu einem Freund. Ich muss Benzin tanken. Ich muss zum Prepper gehen. Ich habe noch so viel zu tun, ey. Und da kannst du mich doch sicher nicht aufhalten. Wir diskutieren mal abends weiter. Jetzt habe ich keine Zeit für dich. So. Wir kommen dann hier schnell drauf. Wir probieren, dass wir uns nicht weiterverfolgen. Ich höre etwas. Ich höre etwas. Und es hört sich nicht gut an. Wow. Wow. Nice. Oh, die Musik. Nice. Was zum Speichern? Hoffe ich zumindest. Haben wir hier noch irgendwas? Ich schaue mich hier noch mal kurz rum. Röter, ob wir irgendwas am Dach haben. Ich glaube, da unten ist jemand. Egal, das schauben wir uns danach an. Okay. Alles klar. Gut. Okay, wir schauen mal hier mal vorbei. Schlafplätzchen. Sehr schön. Nichts was zum Speichern. Das ist sehr nice. Das passt genau, Leute. Das passt genau. Okay. Wir sind ausgerüstet. Ich mach die Tür zu. Das hier wieder ein paar Zombies reinrushen. Zum Essen. Nee, zum Essen haben wir nichts. Aber egal. Wir können hier jetzt eh speichern. Dann haben wir volle Gesundheit. Das Speichern nehme ich jetzt hier nicht mit auf. Wir beenden den Party, meine lieben Freunde, würde ich sagen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Party. Ich hoffe, dieser verlängerte Part hat euch wieder gefallen. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Wir auf jeden Fall total. Alles klar, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Part und ciao. Ja, oui.